bewegung kanadamarkt wir sehen das hier im nasdaq der hat eine deutliche verwerfung und zwar pünktlich um was haben wir hier 14.30 gab es eine bewegung das vermutlich hängt natürlich mit den zahlen zusammen die heute nachmittag veröffentlicht wurden 14.30 dafür muss man nicht lange rumraten ppi der producer price index also die erzeugerpreise aus amerika natürlich ist das eine wichtige information wir wissen dass inflationsdaten in dem fall im moment noch auf der erzeugerseite dass das durchaus eine relevante rolle spielt denn früher oder später wird das was die erzeugerpreise machen natürlich in irgendeiner form mehr oder weniger auch an den markt weitergegeben also wichtige information jetzt muss ich allerdings sagen wenn ich mir die mark die 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 zahlen hier mal anschaue sehen sie es wirklich wert so eine heftige bewegung auszulösen ihr wisst ich bin kein fundamentalist das heißt ich rechne solche sachen normalerweise nicht aus weil ich einfach sage es ist völlig egal was es fundamental bedeutet das entscheidende ist der einzige der den preis beeinflusst sind die marktteilnehmer mit ihrem tun und deshalb gucke ich mir was die marktteilnehmer machen also ich selber sehe ich hier gar nicht so einen riesengrund dass der markt sich so heftig hätte bewegen müssen aber darauf kommt es offensichtlich nicht an es gab immerhin tendenzen mal ganz schnell ganz heftig darauf zu reagieren wir sehen dass der markt also nervös ist trotz alledem das können natürlich auch automatisierte systeme sein die hier mal eben schnell was losgetreten haben denn wir sehen dass der markt nach oben kommt aber wir sehen eben auch folgendes dass der markt aktuell eine scharfe abwärtsbewegung hat hier allerdings wackelig nach oben kommt das heißt er kommt ja weiter nach oben aber eben nicht mehr mit dem schwung und das lässt vermuten dass eigentlich die abwärtsseite noch mal eine chance hat wenn der markt dreht und das ist ganz wichtig wir können das mal versuchen noch mal im großen bild darzustellen also wenn wir jetzt hier so eine bewegung haben in etwa also schubbewegung hier runter jetzt die gegenbewegung für mich ist das ein durchaus typischer handelsansatz den wir ja regelmäßig auch umsetzen dass wir sagen okay rücksetzer irgendwo hier rein in diese kiste möglichst wackelig ein bisschen höher ist auch noch okay solange er nicht über diese marke drüber geht das ist für uns die 78 6er marke die möchten wir nicht mehr sehen übrigens alle werte die ihr seht sind der märz kontrakt ein typischerweise stellen die amerikaner ihren future eine woche vor dem verfall um das heißt ab heute wird umgestellt auf den märz kontrakt schon also falls ihr euch jetzt wundert das sind die werte für den märz kontrakt des verlaufsmuster sollte aber das gleiche sein solltet ihr noch auf dem alten unterwegs sein wollen warum auch immer nur die werte sind dann halt ein bisschen anders ein bisschen niedriger dann in dem fall so ihr seht anstieg es geht hier wackelig nach oben wir haben ein letztes hoch ein vorletztes hoch hier das tief dazwischen ist diese marke da die fast gleich hoch sind etwas aggressiver könnte man vielleicht auch diese marke nehmen da weiß ich noch nicht genau im zweifelsfall die unteren nehmen wir sehen dass wir so halbwegs trendkanal mäßig unterwegs sind die sind alle hier auf der unterseite mehr oder weniger passen wie gesagt der ist nicht so ganz passen weil er etwas höher ist ich würde also sagen vielleicht ist der eine stufe zu aggressiv trotz alledem das wären einstiegs marken für die short seite also ich mache mal die roten marken weg die wir nicht mehr bräuchten wenn der markt durch das tief hier geht wenn der markt durch das tief hier geht das wären trigger eigentlich in der erwartungshaltung dass wir das was wir hier vorne haben noch mal bekommt mit chancen auf sogar mehr ich möchte euch diesen trade jetzt nicht empfehlen im sinne von hey leute ich habe hier eine ganz sichere tod sichere sache wenn ihr da jetzt mitmacht verdient ihr einen halben geld hier nee das ist es nicht aber es ist ein typisches markt verhalten dass wenn der markt sich in eine richtung schnell festlegt in der anderen sehr dezent sehr korrektiv und ihr seht die aufwärts seite sieht so aus und er danach die unterseite dann doch noch wieder durch stößt das sind diese zwischentiefs die ich angesprochen habe vereinfacht immer letzte tief vorletzte hoch entschuldigung letzte hoch vorletzte hoch das tief dazwischen das ist ein sinnvoller ein möglicher trigger und wie gesagt der hier ist eigentlich streng genommen wenn man dem folgt nicht der richtige weil das ein bisschen niedriger ist also das hoch davor war etwas höher insofern ist das die offizielle marke etwas aggressiver vielleicht wie gesagt diese marke hier beim nasdaq also ihr seht das ist so in etwa die die idee die wir jetzt für heute nachmittag haben dreht jetzt der markt das weiß ich nicht das kann ich nicht sagen ich weiß aber dass wenn der markt diese marke durchstößt für uns das eine ganz klare short situation ist die wir dann normalerweise auch gerne nutzen in welchem zeitrahmen auch immer das ist nicht im fünf minuten chart das machen wir typischerweise nicht so häufig auf fünf minuten basis aber als privater ist man gerne etwas kürzer unterwegs und dann ist das vielleicht eigentlich eine ganz gute geschichte hier auf dieser kurzen ebene solche trading situation mal raus zu suchen das gleiche gilt natürlich auch im großen wir haben häufig darüber gesprochen wie das da aussieht wollen wir jetzt nicht noch mal breit drehen so jetzt eine wichtige info müsste mitnehmen ich rede jetzt die ganze zeit über short aber short ist es erst wenn er das ganze hier triggert nicht dass ihr jetzt sagt ja siehst du ist aber nach oben raus über das kann durchaus passieren nur dann triggert er ja nicht auf der short seite und dann wird die short position entsprechend ja auch nicht eröffnet also zumindest mal aus unserer sicht dann nicht wohlgemerkt muss man vielleicht noch mal anmerken ich mache das ganz kurz hier im vier stunden chart es muss jetzt ja nicht ewig runtergehen es ist durchaus denkbar dass wir irgendwie sowas hier in der form kriegen und anschließend wenn wir diese marke dann durchstoßen auch diese bewegung noch mal ist ihr seht wie sehr das verschachtelt mit unter ist und viele wünschen sich wieso hier hast du doch gesagt short aber danach ist es dann doch wieder gedreht die in die aussage ist grundsätzlich immer die wenn ihr eine erste welle habt das wichtig das muss die erste sein ja das ist hier jetzt zum beispiel nicht der fall ist das die erste welle nee der kurs kam von unten ist das die erste welle möglich denn der kurs kam von oben ja also ihr seht den unterschied dieser geschichte also wenn es die erste welle ist dann ist es klassisch dass nach einer korrektur wenn er triggert er ungefähr die gleiche länge noch mal macht die darf kürzer sein ist aber nicht so wahrscheinlich also es wird immer weniger wahrscheinlich je kürzer das dann sein soll es kann sein dass sie nicht 100 prozent so lang ist sondern 95 oder 90 oder so weiter aber je weniger ihr länge habt hier desto weniger wahrscheinlich wird das es kann sogar deutlich länger sein dass es dann richtig noch mal so ein trend in die verlängerung geht das ist gar nicht so unrealistisch aber so das mindestmaß mit dem man rechnen sollte und kann so um so eine einschätzung mal zu haben ist nehmt die erste länge wie lang war die das war die hier zum beispiel ich hab's etwas zu lang gezeichnet ich mach's mal einmal ganz exakt das war von hier bis hier gemessen und dann ziehe ich das noch mal hier hin und dann seht ihr das wäre wenn es bei diesem hoch bleibt im moment ist der kurs ja noch in der nähe der obermarke also kann sein dass wir das gleich noch mal anpassen müssen beispielsweise aber dann wäre das die zielmarke achtet mal auf dieses verhalten das macht der markt sehr sehr gerne man sieht diese verhaltensmuster regelmäßig und dementsprechend könnt ihr das immer wieder finden über diesen sprung hier nicht wundern das ist hier für uns unsere sprungmarke was die den wechsel des kontraktes hier angeht also ihr seht das ist das quasi noch das alte niveau aus dem dezember kontrakt und das ist jetzt hier für uns der wechsel auf den neuen kontrakt den wir da jetzt haben so dow jones entfüllung s&p erst noch mal ist grundsätzlich das gleiche schub runter im moment wackelig hoch eigentlich fände ich es hier ganz gut wenn er noch mal eine stufe höher hätte dann hätten wir hier den trigger für die short seite beispielsweise und wenn er weiter nach oben läuft ja dann vorläufig halt nix ja dann seid ihr nicht long das ist richtig das ist der nachteil also diese situation würden wir dann verpassen weil ich situationen die so wackelig hoch kommen nicht attraktiv finde um deine longposition zu eröffnen das heißt nicht dass es nicht trotzdem nach oben gehen kann das schließt das ja nicht aus aber es macht es weniger attraktiv weil die aussage wahrscheinlichkeit schlechter wird er hört dass ich regelmäßig über wahrscheinlichkeiten über sowas in der richtung rede das ist das woran wir uns als händler festmachen können oder müssen viele hoffen ja dass sie sagen ja aber das muss dann immer so sein traden und die auswertung dessen hat normalerweise nichts mit situationen zu tun die immer irgendwie sind sondern hat regelmäßig damit zu tun die häufig oder im regelfall oder typischerweise auf eine art und weise sind und der rest ist dann tatsächlich zufall viele sagen ja die märkte bewegen sich zufällig dann zufällig ist das nicht aber das einzel ergebnis ist zufällig aber die massenverhältnisse sozusagen die sind regelmäßig also der markt macht dann regelmäßig ähnliche verlaufsmuster ich glaube ich muss den dow jones nicht großartig erklären auch hier sieht das bild relativ wackelig hier auf dem weg nach oben aus allerdings muss man dazu sagen er hatte hier sogar schon mal getriggert daran seht ihr dass auch dieses dieser handelsansatz den ich sehr sehr gerne mag und der sehr häufig funktioniert nicht immer funktioniert also bitte geht nicht davon aus das klappt jetzt immer ich mache mal das beispiel wieso das ist doch genau dein ding letzte hoch vorletzte hoch trigger trigger das tief dazwischen und ihr seht man kann es vielleicht kaum erkennen aber ich sage es euch hier wurde man knapp getriggert wer also gesagt hat mensch jetzt mache ich das dann ist er hier short gegangen und der kurs besteht jetzt ist jetzt hier vielleicht wird man bald ausgestoppt oder ist man schon je nachdem wie man da sein stop verfahren setzt vielleicht hat man jetzt doch auch hier oben drüber wie auch immer jetzt aber natürlich besteht die gefahr dass man ausgestoppt wird auch dieser handelsansatz klappt nicht immer aber die wahrscheinlichkeit dass man damit ganz gut fährt ist normalerweise gegeben auch deshalb weil das chance risiko verhältnis ja relativ gut zu unseren gunsten steht nichtsdestotrotz unabhängig jetzt von diesem einen trade die aufwärtsbewegung ist nach wie vor nicht die super bullische und dementsprechend ist meine erwartungshaltung mit so vielen gegenbewegungen die sich hier überschneidend eben auf einem niveau bewegen das ist die falsche richtung aufwärts ist wohl eher die falsche richtung ich glaube abwärts gefällt mir doch deutlich besser und naja auch diese aufwärtsbewegung die wir hier haben mit gegenbewegung gegenbewegung gegen alle sind überschneidend keine gute symbolik dafür dass der kurs nach oben jetzt richtig ist allerdings nach unten ich muss sagen ich habe auch schon schönere schübe nach unten gesehen also so richtig toll ist es nicht vielleicht ist das ein gutes zeichen dafür dass diese gesamte bewegung die ich ja hier durchaus immer wieder mal angesprochen habe eben korrektiv noch ist und dementsprechend nur in einem gewissen ausmaß eben verlaufen sollte so jetzt haben wir viel über noch mal short vor dem wochenende gesprochen ob das wirklich so kommt das hängt natürlich von den triggern noch mal ab gucken wir noch mal auf den dax ruhig auf dem future da sehen wir natürlich auch diese relativ heftige bewegung wir sehen aber auch dass die bewegung im vorfeld schon ich meine sagt ihr was ja so richtig laune macht die nicht das gute ist dass auch das nicht so richtig laune gemacht hat also das deutet schon an dass erstmal irgendwie eine gegenbewegung realistisch ist denn innerhalb dieser abwärtsbewegung die wir hatten ist das immerhin am ende ja ganz gerne so eine ending situation das heißt ein bisschen nach oben schon aber begeisterung löst das also kaufbegeisterung nicht aus also entweder mache ich vom wochenende da gar nichts mehr in diesen zeitebenen oder ich warte dass ich vielleicht noch mal short getriggert werde aber im zweifelsfall wohl eher nichts mehr der dax sowieso dann lieber den amerikanischen markt um diese uhrzeit im übergeordneten bild da habe ich die letzten tage so häufig drüber gesprochen da hat das überhaupt gar keine wirkung bisher also das ist nach wie vor hier denkbar und es ist gültig insofern müssen wir das nicht unbedingt breittreten vielleicht noch ein letzter hinweis weil viele von euch ja wissen dass ich regelmäßig mit chimiso san verbunden bin und heute hatte ich jetzt wieder ein interviewtermin mit ihm war allerdings nicht im studio sondern nur zugeschaltet und deshalb habe ich keine bilder von dort sonst hätte ich ja das video von dort gemacht viele freuen sich ja immer wenn sie ihn dann auch mal sehen allerdings hatte er angesprochen mensch hier wir haben hier die gleitenden durchschnitte er guckt da immer so ein bisschen drauf gleitende durchschnitte da sind wir ja zu halbwegs wieder am abprallen also es hat hier vorher schon nicht ich wusste nicht genau ob er den ema oder den sma deshalb habe ich vorsichtshalber mal beide eingezeichnet hier ihr seht das hier der rote ist der ema also der exponentielle der blaue ist der simple moving average also der einfache gleitende durchschnitt und das hat hier eigentlich schon naja da vorne hat es halt ganz gut gepasst die anderen waren halt jetzt auch mehr oder weniger geraten als dreh das hat jetzt nicht so 100 prozent hingehauen aber es ist eben auch gleichzeitig die fallende trennen kann da linie das sagt nicht aus dass der kurs jetzt drehen muss aber es zeigt dass die marktteilnehmer dieses sehr harmlose charttechnische symbol nutzen um vorläufig eben nicht weiter zu kaufen das eigentlich so richtig der schwung nach oben sich noch nicht durchgesetzt hat wird das noch durchgestoßen dann kann sich neue liquidität hier in den markt eben freisetzen aber vorher bin ich da eher vorsichtig und im kurzen haben wir ja eh drüber gesprochen so in diesem sinne vor dem wochenende euch jetzt noch mal ein paar erfolgreiche handelsstunden falls ihr noch aktiv seid ansonsten ein erholsames wochenende nächste woche geht es weiter bis dann tschau tschau